Ah, es ist glaube ich soweit. Ich bin heute nicht so der Troller. Nee, nö. Du bist heute lieb und nett. Ich habe gesehen, ich durfte Liebe erleben und möchte diese jetzt auch hinaus in die Welt tragen. Du durftest heute Liebe erleben? Ich durfte generell in den letzten Wochen Liebe erleben. Ja, ha. Nein! Ja, geschafft! Was das Gute ist denn, ist die Oma unter mir. Weil die braucht morgens... Die brauchen nie Aufschnitt für die Brötchen zu holen. Weil die man hier alles auswustet. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Weiß ich nicht, ist mir irgendwie eingefallen. Die brauchen sich gar keinen Quark für die Marmelade holen. Ne, du weißt ja jetzt. Schön das, was da ausgewustet hat und dann die Marmelade da drauf. Ist doch geil. Ein widerliches Stück, du Bobbibber. Aber du mit deinen Analsex-Geschichten nicht, oder wie? Ja, ich nicht. Das ist aber nicht einfach hier. Das ist aber nicht einfach. Vor allem, das kannst du ja vielseitig einsetzen. Du kannst es ja auch als Schmiermittel für Türen benutzen. Oder... Oder... Keine Ahnung was. Gibt es Dichtmittel für irgendwas oder so. Eins können wir noch. Eins können wir noch. Eins können wir noch. Eins können wir noch. Longest Spike Fall. Ja, ja. Alle behaupten sie, dass sie den längsten haben. Ist ja klar hier. Aber ich komme trotzdem mit den Dicks. Ja, da hat Homo Hadi immer wieder gesprochen. Und falls jetzt wieder welche Fragen. Hadi, bist du echt schwul? Nein. Am Arsch. Ich muss einfach mit Geschwindigkeit abholen. Du, das hättest ja wohl gerne ab. It's time for Bottle Run! Woo! Den haben wir verkackt, den Bottle Run. Haben wir nicht verkackt! Boah! Da kommt dann noch ein zweiter. Na, ist klar. Der Sprung auf das... auf den, äh, ne? Ja. Der ist schon schwer. Hadi wird zu anderen Tournament spielen. Ich brauche keine Hilfe und Support. Du brauchst einen Teleport. Ja. Ich brauche überhaupt keine, wo ich mal hier ein bisschen leise bin. Ah! Aber jetzt habe ich eine. Mal gucken, was wir so reißen können. Ich bin ja eigentlich Search and Destroy erprobt. Alter, bist du der echte Hadi, Alter? Dann flippe ich aus, ey. Ja, bin ich tatsächlich. Ich nehme gerade auf. Jude Hadi, Alter! Oh mein Gott. Was für Freaks. Ja. Okay. Ich bin zu nur. Mega schwer. Mann! Ich schaff diesen um die Ecke! Du musst dich dann nur noch ganz rechts stellen. Ja, mach ich doch! Ja, mach doch doch richtig! Scheiße! Was machst du denn da, Peter? Ich komme jetzt wieder vernünftig. Ich habe gerade nicht geschafft, auf den Nippel zu fallen! Jetzt checken wir erstmal die Lage hier. Ali, wir werden dich schützen mit unserem Leben! Oh! Ja, mach doch mal! Spring für mich in die Nades rein, ey! Du musst nur ganz nach vorne! Du darfst halt erst ganz am Ende abspringen! Ach was! Ja! Doch! Ich tritt normalerweise immer erst ganz am Ende ab! Alter! Was ist das denn? Alter! 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 Was ist das denn? Wo war der denn? Ich kämt mich hinters Gemüse! Ach komm, ist das ein scheiß Sprayer gewesen, ey! Boah! Oh leins! Auf die Beine! Jetzt hast du es schon wieder Fahrten! Die Bombe ist traf! Dreiviertelstunde nur am weinen! Recht mal! Ich krieg aber auch nix mehr geschissen hier! Nee, du kriegst nie abgeschissen! Na, aber doch kein Bullshit! Ja, dann mach das doch mal! Dann holst du doch mal eine an und Trinkwart und gut isst! Ganz witzig, Peter! Weißt du, ich hab das nicht gehört! Nein! Da war ja ein... Och! Ich wollte es ja kurz vor knapp nochmal zumachen, aber da war es so eine unsichtbare Mauer! Da hab ich davon abgehalten! Ja! Ich rauche doch nicht! Das ist mein Freund! Hast du aufgehört, Hadi? Nein! Also, was heißt aufgehört? Aber ich rauche eigentlich nur noch zu Angelegenheiten, keine Ahnung, wenn ich bei euch bin, wenn wir was trinken oder wenn wir was essen gehen! Das ist ein schlechter Einfluss! Aber alleine rauche ich mittlerweile nicht mehr! Moment mal, hast du jetzt unten? Ja, okay! Ach, scheiße! Aber ich guck mal, ob ich nicht noch irgendwo einer hab! Vielleicht... Vielleicht hast du ja recht... Ja, das macht ja die Schublade auf, liegen da so zwei Stangen drin! Soll ich mal hier langlaufen? Ja, komm, ich laufe mal hier lang! Bouncing, Mati! Ah! Das ist doch ein Scherz! Ich hab zuerst geschossen! Ja, genau! Dann killt er mich noch mit Schalldämpfer... Ja, dann muss er sich auch dabei gedacht haben, als er Crystal Meth erschaffen hat! Ne, das glaube ich wiederum nicht! Das ist ja eine Erfindung von uns Menschen! Ach, Marihuana nicht! Achso! Ne, Marihuana wächst ja! Ja, und dass die nur auf die Idee gekommen sind, dich das einfach in so ein Tütchen zu rollen, ja! Aber Crystal Meth ist ja wohl, ich sag ja, glaube ich, hammer anstrengend, das erstmal zu produzieren! Weiß ich nicht, ich hab sogar kein Rezept! Ich glaube, Gott wollte, dass sich die Menschheit nur mit einer Pflanze berauscht und nicht mit irgend so einem Schall! Das hätt's ja wohl gerne gehabt! Da ist einer! Und er wird wahrscheinlich jetzt gleich da rauskommen! Ich muss wirklich kommen! Drecksau, ey! Oh, ich bin laser-epic! Ich bin voll epic-mäßig AFK! Was ist das hier für einer gewesen?! Was?! Wir sollten nochmal kurz klarstellen, dass wir nicht kiffen! Sicherheitshalber! Entschuldigung bitte, wir reden ja hier auch über, keine Ahnung, irgendwelche politischen Ideologien und sind keine Nazis! Also, man kann sich ja... Ja, stimmt! Also, Peter nicht zumindest! Spielstart! Hardy, bist du's? Jupp! Hi! Hallo! Immer freundlich sein, Leute! Ich liebe dich! Das werden jetzt ungefähr... Das haben jetzt ungefähr 70.000 Leute gehört! Ich liebe deine Trolls! Ich liebe sie! Ich muss sagen, die Map hat mich jetzt echt nochmal motiviert! Ich lebe mich am Arsch! Ja, unglaublich! Total, ey! Du schaffst jemanden an! Ja, mich hat die echt motiviert! Ja! Ja! Also, ich würde sagen, das Spiel ist nicht so ein Make-up-Fundes, oder? Nee! Dann akzeptiere ich als Bewertung nicht! Ein bisschen so stur! Ich verstehe das auch nicht! Jetzt spiel's einfach scheiße! Ja! 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 Ich mach' nix! Gib Gas! Am Arsch! Mach' nix! Nein! Verpiss... Nein! Du bist so eine kleine Hure! Jun, eine kleine Hure! Du! Alter! Mein Augen drehen direkt! Alter! Ich mach' die Augen vorher nochmal zu! Das wird eine kurze Folge! Alter! Also, jedes Spiel dauert ungefähr jetzt, wie man sieht, 10 Sekunden! Alter! Ich wein' direkt! Ja! Johnny fängt schon an zu weinen! Alter! Was ist das? Ich bin ein Schwuleschein! Ungefähr 6 bis 7 Sekunden seiner Augen offen halten ist auch eine Leistung, ja! Du weck' deinen Arsch! Nice, Peter! Ja! Weißt du, warum der jetzt gleich gewinnen wird? Der ist auf die Hälfte gefallen! Ja, da müssen wir mal gucken, wie viel da gleich rumliegt! Oh, 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 oh! Da ist die Hälfte auch schon wieder draus! Ist das ekel? Ich bin direkt gewürft! Boah, Alter! Ist das ein Assi-Spiel? Nein! Du machst das aus ein Assi-Spiel! Also, der Dennis verschmeißt das nicht? Der Dennis ist da gerade ganz gemütlich seinen Toast und ist jetzt auch schon bei der dritten Scheibe angekommen. Langsam muss Johnny mal aufholen, anstatt Faxen zu machen. Krank wurde und ich das dann halt mit übernommen habe. Aber du warst ja erst auch im Altersheim, oder? Ja, ich war erst im Altersheim und da haben die Wichser mich ja beschissen! Oh, ja! Erzähl doch doch, oder willst du das nicht erzählen? Doch, ich hab' ich ja nicht schon mal erzählt. Ich dachte, das hätt' ich schon ein paar Mal erzählt. Ja, du hast es den Zuschauern noch nicht erzählt. Also, die ganzen Rentner haben dich beschissen, oder wie? Nein, das gar nicht! Ja, ich hab' ich schon mal erzählt. Ja, ich hab' ich schon mal erzählt. Ja, ich hab' ich schon mal erzählt. Ja. Wann, guck mal. Ich puse mal zwischendurch, mach' ich jetzt den Rest daraus. Kein Problem. Ich hab' ich schon mal erzählt. Das war's für heute. Man sieht doch nicht so eklig aus, als wenn du noch Essen im Mund hast, weißt du? Ja, ja, ja. So, ich glaube… Ja, ich glaube… Ja, bisher wusste ich das noch nicht. Komm mal, du machst das jetzt Nein, ich krieg jedes Verfick dir mal Damage, ey Ich kann dir übrigens einen Tipp geben, ein bisschen weiter von rechts zu springen Ach was, das mach ich die ganze Zeit schon Aber dann kann ich nicht weit genug springen Du nimmst ja hier nur, guck mal Ja, ich weiß Mach mal was Nicht da hinten Hast du verkackt? Ich hab verkackt, ja Ich hab schon verkackt Es ist mir zu viel Kohlensäure drin, das ist mein eigenes Wasser, das ist das Schlimmste Ohne Scheiß, ey, ich werde gleich in den nächsten Spielen nur noch rülpsen Ist überall Wasser Ach, Menno, ey Menno, wie Ach, Menno, ey Boah, Hardy, ey, bist wieder super am Löffeln Ach, Menno, ey Ach, Menno, ey Boah, was denn, Peter? Ach, Menno, ey Ich hab da nur was getrunken Ach, Menno, ey Ja Ach, Menno, ey Ach, Menno, ey Jetzt kann man das wieder hoch, ey Menno, ey Das darf aber nicht wahr sein, wie ich den Sprung einfach nicht schaffe Ja Menno, ey Mein Gott, Trappen In der Reihenfolge hab ich die bis jetzt gelegt Also vollkommen random, einfach nur Alter, ohne Spaß, ey Menno, ey Ja Menno, ey Alter, ich guck mich hoch Alter, ich hab Rahmen mit dem Maul Ja 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 So, ja 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 Alter Image errate ich mich Weiß ich nicht Egal, wer Mühle nicht kennt, Wikipedia, da wird's auf den Fakt Mühle ist eigentlich so ein Standardspiel, was jeder mal gespielt hat Ich hab jetzt keinen Bock, Mühle komplett zu erklären, inklusive aller Facetten des Teilreistums Ey, wie geht das? Ja, wenn du das auch nicht weißt, hast du schon verloren Das ist aber schlecht So, hier haben wir natürlich wieder die Münze Hall in Kopf ist dead Ich habe schon hundertmal lang gesprungen Wo bist du denn? Ich, ich komme hier nicht um die Ecke rum Komm, ich freue dich an, Piet Piet, 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 Piet Piet, Piet Menno, ey, Menno, ey, Menno, ey Jo, Piet Menno, ey Komm, Jo, Piet Was ist das denn? Ich bin Alter, deine Mutter Ja, ey Du darfst nämlich nur einmal springen Ich kann so zumachen oder so zumachen Du bist raus Dennis Gewinnt Dennis ist scheiße Vielen Dank für Zuschauen Bis zum nächsten Spiel Na döde 3-3 Aufgenommen was, ey Und den Bram mit der 4 und der 3 Schreibt in die Kommentare, wie geile Lutscher wir sind Das war's Alter Das war echt hart Vielen Dank, dass ihr zu mir sehen habt Das war's Das war's Untertitelung des ZDF für funk, 2017